Herzlich Willkommen und zurück zu Let's Play WoW, den Allianz, die Jäger, unsere Miedere. Ihr habt es gesehen, was in der letzten Folge passiert ist, hoffe ich natürlich. Wir haben ein paar Aufgaben angenommen, ich habe uns mal in eine Dungeon angemeldet, hoffe, dass wir auch irgendwann mal in eine reinkommen und wir werden uns auf den Weg machen, die nächsten Aufgaben zu erledigen. Was sollen wir denn? Grolle befreien und was? Fallstreiter Dunkeleisenzwerge töten. Okay, das können wir erledigen. Dann werden wir nochmal schnell hinwandern. Vielleicht kommen wir auch noch gleich in eine Instanz rein, ich glaube es zwar nicht. So, gucken wir mal. durchs Gebüsch anpirschen. Wo sind sie, die Zwerge? Wo sind sie? Da sind sie ja. Und Angriff. Ersten Zwerg besiegt. Ich bin sogar, ich töte den Zwerg und der Groll greift uns an. Das ist immer so geil. Wenn zwei gegeneinander kämpft, man tötet eine andere, greift einen Aufwand. Ich höre noch jetzt auch zu uns, die Dunkeleisenzwerge warum töten. Ich weiß es nicht, aber egal. Die haben gesagt, wir sollen das machen und dann machen wir das auch. Das ist genauso, als wenn uns einer sagt, wir sollen von der Brücke springen, wir springen dann auch von der Brücke. Weil es unser Kriegshäuptling uns gesagt hat. Also hier, unser König nicht. Kriegshäuptling. Entschuldigung. Das hätte ich die Horde. Ich brauche ein Ziel. So, zack. Haben wir. Ich habe keinen Ziel. Auch erledigt. Sehr schön. Hier müssen wir bestimmt nicht. Hier kriegen wir dann die Schlüssel, dass wir sie befreien können. Mal gucken, wo wir sie befreien. Oh, unser Tier ist fast tot. Nicht sterben. Ich brauche ein Ziel. So, auch noch mal zwei Schlüssel. Komm, die schreien auch noch mal an. Ich habe kein Ziel. So. Jetzt haben wir sechs Schlüssel. Zwei müssen wir noch besiegen. Die machen wir da hinten schnell. Ich brauche ein Ziel. Der ist da. Oh, der hat noch volle Leben. Hier haben wir gerade angefangen zu kämpfen. Ich habe kein Ziel. Auch. Und da sind die Käfi wahrscheinlich genau. Hey, was bist du denn gekommen? Na je. Habt ihr das gesehen? Er wollte uns erschießen. Noch ein Ziel. So. Jetzt haben wir natürlich genug schon von euch getötet. Ich muss näher ran. Ein Roll. Das ist zu weit entfernt. Zu weiter Roll. Nein, das ist ja echt. Ey, die schießen wirklich mit Schrot auf unsere Uhr. Einmal hochhalten habe ich es gerade gar nicht. Er schießt dann noch auf uns du. Was schießt du auf uns? Das fällt hier ein. Wir hätten die gleiche alle töten sollen sich da vorne. Unser Tier. Ey, das hetzt von einem Gegner zum anderen. Ist wahrscheinlich froh, wenn er gleich eine Woche Ruhe hat. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Rein. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So. Ich brauche ein Ziel. So. So. Sehr schön. Er ist für sie. wir können aufmountain und können die aufgabe abgeben so gehen wir gleich mal hier lang außen wo es ist schon gerade alle getötet haben nicht dass uns alle gleich wieder angreifen hier kämpfen sehr gerade gegen die rolli müssten so abgelenkt sein wollen wir mal das ist schön das ging eigentlich relativ fix und ich sag doch man findet keine gruppe mehr vor allem hier im kleinen bereich nicht im paladin habe ich auch nichts gefunden aber ich mir einfach mal ab die könnten schon einen wieder angreifen egal quer für durch wo sind unsere windmühle dahinten säße hinter dem berg naja lauft mal nur lauft mal nur der hat auch noch hinter mir so du auch noch oh man vielleicht schaffen wir noch ein level in der folge das wird glaube ich ein bisschen eng guten tag da bin ich wieder aufgabe erledigt das kann ich für euch tun aufgabe erledigt und tötet über dunkel schlinge man sieht sich können wir machen wo treibt sich die frau rum da oben ok wollen wir so mal erledigen die dunkel schlinge platz 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 ein bisschen ausmachen dass wir hier nicht alles pullen ist die da oben auf dem berg stimmt nach hier mal der darf man sonst war klar egal laufen wir querfeld einstellen wir uns tot hat geklappt das kleine todstellen manöver bestimmt hinten am zelt da ist er bestimmt macht zu urlaub oder was ich brauche also wo ist er denn da hinten schnell laufen umgeben von ihren lakaien das soll uns auch nicht stören kommen wo ist er denn da ist er ja sagt um raus da ist deiner hütte ich dachte erst besiegt unser tier mal sicherheitshalber ich habe kein ziel ich brauche ein ziel auch unser armes tier den haben jetzt auch noch angegriffen das ganze lager tot gemetzelt sehr schön haben wir die aufgabe ledig hier wohl dann können wir sie auch abgeben ich hoffe ohne sonst passiert etwas wenn wir hier rein hoffen oder doch jetzt habe ich leben abgezogen war ja aber nur ein kleiner test so sind denn die windmühlen da hinten auch so weit wieder der weg ist wieder so weit ab level 40 können wir wenigstens das schnelle reiten uns holen dann sind wir auch ein bisschen schneller zu fuß so und auf geht's also da hinten sind wir schon gucken ob wir dann das land fertig haben ich weiß es nicht da haben wir alles erledigt da haben auch alles erledigt das sehen wir dann mal gucken was noch kommt hallo wir nehmen das mit das bringt am meisten gold bleibt auf dem boden jawohl wir haben das land abgeschlossen sehr schön dann würde ich sagen haben wir dann fest schon sehr gut haben wir dann können wir schon uns auf den weg machen das arati hochland so ja darum steht nicht arati arati hochland ist es ja ja das war so klar wo geht's denn da nochmal lang gerade acht haben wir hier komplett durchreiten unser tier kämpft auch noch laufen ich muss näher ran laufen so dann werden wir noch mal der rest der folge dahin reiten da haben wir das auch genau hier lang zwischen den beiden durch es war klar dass er uns noch angreift durch die dunkleisen zwerge durch die uns bestimmt gleich beschießen werden da ist eine gruppe da ist eine gruppe war in der gruppe eigentlich hat noch keine aufgabe für ein schleimer das flugpunkt wo wir waren hätten wir fliegen können die gab es nicht okay so hoch da sind wir schon fast da allem ausgewichen was uns angreifen könnte da ist noch was da kommt nicht hinterher geschleimt doch ganz schnell offen sein nicht vorhandenen beinchen so dass die brücke vorhin schon gequestet haben hätten doch erst andersrum questen sollen und dann hier zum schluss aber ist egal guten tag ihr habt alles im griff wir haben euch vorhin geholfen vor ein paar tagen sehr schön auf wiedersehen als reich kommt man über die brücke rüber ja eigentlich schon ist auch nicht komplett zerstört sonst würde man jeder gar nicht mehr hinkommen das ist nur so ein teil eingebrochen hier schon mal ein löchlein sie steht doch noch wie steht doch noch so wenn mal ins arati hochland zu haupt manielas in der zuflucht da bist du denn was denn seid gegrüßt in diesem land tobt der krieg nach immer wieder kann oder tut mir leid ich vergesse manchmal dass euer volk so jena ist ok muss gut hier herrscht also immer noch krieg ja ist klar aber das ist doch mal wieder ein schönes grünes land das aller rati hochland das gefällt mir wieder so aber ich würde jetzt hier die folge beenden ist es wahrscheinlich für euch zu langweilig zu sehen wie ich in die zuflucht reite wir sehen uns nächste woche ich danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal feedback kommentare alles nicht vergessen ihr wisst es auf wiedersehen und tschüss bei bürger im lp bis dahin